Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge hier in der Cinder's Mod von Dark Souls 3. Es ist soweit, die Kathedrale des Abgrunds ist gemeistert. Als nächstes steht die Pharaon-Feste an, wo ich mal sehr gespannt bin, wie da die Items neu verteilt sind. Wenn sie neu verteilt sind, sind sie tatsächlich jetzt schon. Da sehe ich schon das Erste. Da hinten auch schon. Ich habe ja schon in der Originalversion von Pharaons-Feste Probleme, nicht mehr alle Items zu finden und einzusammeln. Ach du meine Güte, sind das die Grappy Boys? Oh ja, wir werden hier einen Riesenspaß haben, das merke ich jetzt schon. Einen kurzen Blick auf unsere Ausrüstung. Zwischendrin mal ganz kurz hier den ganz klassischen Estus-Ring. Hier haben wir den Physician-Ring, increases Vitality. Jawohl. Dann Periodically become immune to all damage. Haben wir kürzlich gefunden und ist mal eine richtig schöne, du kommst aus der Gefängnis-Frei-Karte, wie ich finde. Könnt ihr uns hier ganz, ganz große Dienste erweisen. Meine Waffe ist der Cursed Zweihander plus vier. Ein richtig tolles Instrument. Ich würde es gar nicht mehr hergeben. Aber ich habe mir tatsächlich seit der letzten Episode geschworen, dass ich auf jeden Fall die ganzen Items und Item-Beschreibungen mal ein bisschen mir genauer anschaue. Plaked Key. Um einfach auch euch so ein bisschen mehr mitzugeben, was diese Mod alles neu macht. Das ist nämlich echt der Hammer. Und ich habe schon viel zu viel einfach irgendwie so ein bisschen übersehen, überlesen. Und das ist ein bisschen schade. So, Plaked Key. Unlocks Locked Chests in the Road of Sacrifices. Das erinnert mich daran an Firerun Keep. Road of Sacrifices? Gab es da Truhen, die verschlossen waren? Müsste ich jetzt nochmal zurückgehen? Das Lustige war nämlich, dass ich in der Kathedrale des Abgrunds eben auch so einen Schlüssel gefunden habe, aber keine einzige Truhe. Das war ein bisschen komisch. Gut, Schnecken. Ihr habt hoffenkundig, sagt mal, jetzt mal Hand aufs Herz, dieses Stück Ruine hier, vor dem ich gerade stehe. Das gibt es doch normalerweise gar nicht, oder? Das ist mir vollkommen neu. Nein! Nein, 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 nein. Hat mich jetzt die... Oh mein Gott! Ist es der Sumpf, der hier Toxin verbreitet, oder die Schnecken? Wow! Ich hoffe nicht der Sumpf, sonst gehe ich wieder. Ich habe nämlich nur normales Purple Moss Clump. Nichts gegen Toxin. Oh, Kinders! Bitte nicht! Puzzles Cap! Ach, wie schön! Cool! Moment! Den muss ich anziehen. Ich will sehen, wie das aussieht. Wir kommen hier nicht vorwärts. Äh, Puzzles Cap hier. Ähm, Effekt. Boost Curse Resist by 25. Okay. Ein Traum. Ein Traum. Was hatte ich denn jetzt eigentlich getragen? Die Dark Mask, oder? Wie auch immer, es sieht ziemlich cool aus. Gut. Ähm, dann gehen wir mal weiter hier. In dem hoffentlich nur giftigen und nicht Toxin-Sumpf. Sonst sage ich euch dann, 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 dann. Wir haben die Möglichkeit schon nach Iritul reinzugehen. Fire Seed. Nach Iritul reinzugehen, weil, ohne Puppe. Weil wir nämlich einen, einen, einen Schnellreisepunkt gefunden haben. In der Kathedrale des Abgrunds. Insofern. Äh. Titanite Scale. Und ihr alle. Jaja. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Poisoned. Okay. Das waren, Gott sei Dank, Elizabeth Mushroom. Das waren, Gott sei Dank, nur die Schnecken. Die mich hier mit Toxin infiziert haben. Also machen wir einfach einen riesen Bogen um die Dinger. So schnell sind die ja nicht. Da gibt es durchaus schnellere Gegner. Als die Schnecken. Slug, we want to play again. Rotten Groosebeer. Ey, hör auf. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ich werde nochmal ganz kurz in Sicherheit gehen. Die Welt resetten. Oh Gott, es sind echt die, die, die greifen. Ah. Und der Hund legt schon wieder los. Der Hund ist wie so ein alter, grantliger Rentner, der am Fenster Sims hockt und alles anmault, was vorbeiläuft. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Oh ja. Die machen doch wie Sprung und Greifattacke, diese unfassbar... Oh je. Kann das ja mobil sein. Die Schnecken werden endlich mal gefährlich. Vielleicht lasst ihr auch was Sinnvolles fallen. Opus of the Slug. Oh, wir haben hier ein schönes Buch rund um die Schnecken. Das ist ja mal begeistert. Ähm, ich hab allerdings, glaub ich, bislang... Hier muss ich sowieso mal einen, einen riesen... Ähm... Walk zu den ganzen NPCs machen und denen diese... Ach so. Hier. Opus of the Dog, Congregation, Slug. Beacon, Sluggo to the Player. Ach so, das sind die. Stimmt. Soll ich, soll ich eine Schnecke mitnehmen? Das ist doch hier Blödsinn, oder? Wer ist Erechris? Komm. Helfen wir uns mal Hilfe. Der Hund war ja schon... Ui. Oh, ha, 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 yes, man. Geh mal vor. Räum hier auf. Ha, 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 ha. Super Sache. Ähm, ich hab nie ganz vergessen, diese Bücher, dass wir da ja extrem mächtige Kollegen zur Hilfe rufen können. Ich erinnere noch an den Hund, den wir in der Untotensiedlung dabei hatten. Meine Güte, hat der unter den Gegnern aufgeräumt. Und jetzt dieser... BAM! Großritter mit dem Ultra-Großschwert aus der Kathedrale des Abgrunds. Yes. Mal sehen, wie lange er durchhält. Die Grooos hier sind nämlich echt... Ach, der Grooospear wollte ich ja noch gucken. Ähm. Da gehen wir mal zu den Speeren runter. Und dann mal sehen, wo ich ihn... Rotten Grooospear. Hier. Charge. Hold spear at waste and charge at foe. Use strong attack while charging to extend the length of the charge. Ja, wenn man... Wenn man Speer-Move-Sets mag. Ist ja super zum Turteln. Ganz ehrlich, ja. Das ist echt schon cool. Oh, bist du da hinten? Die haben hier gefühlt doppelt so viele Items vertreckt in dem Gesumpf wie in der Vanilla-Version. Holy Fragment. Ich muss echt um jeden einzelnen Baum rumlaufen, wenn der Schein. Ähm, aber jetzt erstmal... Ich werde mich so hoffnungslos verlaufen, Leute. Es könnte eine etwas längere Episode werden. Oh. Ähm. Junge, wo bist du? Da ist ein Dark Wraith. Entschuldigung. Hä, hör auf, mit den Schnecken zu kämpfen. Komm her und hilf mir. Dark Wraith. Holla, die Waldfee. Okay. Backslaps nicht so, aber normale Schläge schon. Hier ist normalerweise eine Kohle für André. Brauchen wir ja nicht mehr. Stattdessen immer noch eine Kohle für André. Interessant. Interessant. Sage's Coal. Wo ist denn mein Kollege hin? Hat der sich jetzt verirrt? Wow, 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 wow. Oh, ich sag ja. Diese, diese Typen, ey. Komm mal her. Hör auf, mit den Schnecken zu kämpfen. Komm lieber mal zu mir. Danke. Hier. Hilfe. Ey. Das sind die Schlimmsten. Und die hören halt auch nicht auf mit dem Scheiß. Das ist echt Wahnsinn. So. Das ist hier schon wieder ein teilloses Durcheinander. Wo bist du denn? Und auf was triffst du da? Ich hör doch jetzt mal auf, auf die Schnecken drauf zu hauen. Meine Güte. Ich hab's hier mit Gruß zu tun. Und du, ich geh auf Schnecken jagen. Ähm. Ich hätte jetzt ganz gerne Estus-Scherbe, die da vorne normalerweise... Ey, 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 ey. Ey, ey, kein Toxin. Danke. Kein Toxin. Ja. Okay. Sieht gut aus. Keine Estus-Scherbe. Okay. Gut. Ein bisschen... bevölkert her als in der Vanilla-Version. Hier unten. Hier oben sieht's gleich aus. Mein verfluchter Zweihänder ist einfach... Das Ding ist Gott. Unglaublich. Ich liebe es. Man darf gespannt... Oh. Extinguished Three Flames. Okay. Das scheint eventuell genau so zu sein wie im normalen Spiel. äh, um die Tore zu den Abyss-Watchers zu öffnen. Dezent habe ich das Gefühl, dass das Gift ein wenig stärker ist, als es sonst so war. Geht als bald. Mein Estus-Vorrat aus. Grass Crest Shield? Das liegt jetzt hier? Okay. Ausdauer-Generation. Jetzt geht's wieder runter. Und, ähm... Oh je. Jetzt muss ich mal versuchen, meine Orientierung beisammen zu halten. Äh, vor allen Dingen... Oh mein Gott. Wo ist mein Kollege? Immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Ach, das ist nur der eine. Okay, das sah gerade aus wegen diesem gekreuzigten... gekreuzigten Typ da. Dass die zu zweit sind. Das geht ja noch. So schnell wie möglich ausschalten. Wolf's Blood Sword Grass. What the heck is this? Klingt nach einer Waffe, oder was war das? Ich sollte nicht sterben parallel. Das wäre unschön. Da. Proof's a Watchdog of Farron... Ach so, das ist ein Covenant-Item. Okay. Large Soul. Ähm... Gehen wir jetzt erst auf diese Ding hoch und dann den Berg hoch? Ja. Dann erledige ich noch die ganzen Hunde unterwegs. Die kleinen. Ich lasse die mir auch noch irgendwann auf den Geist gehen. Boah. Oh, oh, oh. Das war wirklich super, super schwer und super knapp. Poison Jam. Hahaha. Rotten Pine Resin. Drei von den Viechern auf einem Haufen und ein Grabby Boy dabei. Nicht cool. Ei, 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 ei. Large Titanite Shard. Hier gibt's jetzt echt viel große Scherben. Das ist beruhigend. Und du, komm her. Varangian Set. Mal sehen, was das kann. Aber erst, wenn der Busche da unten... Ah. Da. Increases Item Discovery by 25. Ein Viertel? Oder, nee, das sind ja keine Prozent. Äh, aber 25 klingt viel. Oh. Gut, also jetzt zurück zum Berg. Da ist ja noch so einer. Ja, also, ähm, Zwischenfazit. Die Mod bleibt sich treu. Auch dieses Gebiet hat an Anspruch ordentlich zugenommen. Ähm, die, die, die Gru-Gruppen zum Teil hier sind echt fies. Ähm, gerade Grabby Boys, die, wenn, wenn die das anfangen zu spammen und dir immer wieder auf den Kopf springen, das ist halt einfach wow. Ich würde eigentlich nur diese Typen hier. Das sind die harmlosen. Das wäre ganz toll. Poison Gems. bis zum Abwinken. Stone Armor. Die ist doch aus dem ersten Teil. Boosts Physical Defense by 5%. Gut, wenn man sie, äh, alle Teile trägt, dann sind es 20% vermutlich. Und das ist dann durchaus schon mal ein Wert, der taugt. Äh, da sind die Gebäude rum. Ich komme mich jetzt einig mit einem S des Flakons. A Beast Hunters. Safe. Haben wir hier eine Bloodborne-Waffe? Curved Sword. Sieht aus wie aus Bloodborne. 15 Bleed. Skaliert mäßig. Chained Dance. Execute relentless consecutive attacks while tracing a circle in a unique dance of deadly grace. Ich bin kurz vorm Leuchtfeuer. Es ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. So Jungs, kommt her. und dann Noch mehr Poison Gems? Nee, Titanite Shards, okay. So, jetzt bitte lass dein Leuchtfeuer sein. Aber so wie ich die Mod kenne, sagt die, nein. Pfuh. Und tatsächlich gibt es nur eine Truhe. Keine Mimik. Hallowed Greatsword. Ich liebe Greatswords. Effekt. Increases Item Discovery. Noch mehr davon. Wilden Stands. Use normalen Attacks to break a foe's guard from below. And strong attack to slash upwards with a forward lunge. Ei, cool. Eine Kombo-Waffe. Also erstmal... Ui, da ist noch eine Truhe. Erst von unten die Deckung durchbrechen und dann von oben schön auf den Kopf hauen. Knight's Ring. Increases Strength. Wer hätte es gedacht. Jo, Leuchtfeuer ist halt aus, ne? Also ich glaube, dass es nicht umplatziert wurde, sondern dass es einfach gar keins gibt. Large Titanite Shards. Nice. Oh, nein. Das sind ja... Das sind ja wirklich die schlimmsten Gegner in diesem Gebiet. Und mitunter auch gehören sie zu den schlimmsten Gegnern im kompletten Spiel. Die Bäume. Die machen echt keinen Spaß. So, hier ist normalerweise ein Knochensplitter zum Verbrennen. Für die Estus-Flakon. Lösen wir das lieber so. Ist mir ein bisschen wohler. Guardian Set. Increases Max HP by 5. Auch nicht schlecht. Das ist schon ein gutes Loot hier. Ähm. Gut. Äh, bevor ich mich jetzt noch häufiger im Kreis drehe und noch mehr die Orientierung verliere, geht es jetzt, glaube ich, erstmal auf den Turm hoch und hoffe, dass ich da ein Leuchtfeuer finde. Rotten Talisman. Ach, da ist noch mehr. Ein, rein, noch in diesen Bäumen. Uh. Da brauche ich manchmal Platz, falls ich jemals wieder lebend hier runterkommen sollte. Wobei oben ist vielleicht ein Leuchtfeuer. Erst lobe ich das da noch und dann da oben die Estus-Suppe. Gold Pine Bundle. Wobei die Estus-Suppe ist noch Large Titan entscheidend. Mir geht es noch ganz gut, deswegen verbrauche ich die jetzt mal lieber nicht. Ich muss ja, muss ja ein bisschen haushalten mit meinen Heilmethoden. Insofern gehen wir jetzt erstmal nach oben. Also das mit dem, ähm, gelegentlich mal unverwundbar sein, ist zwar irgendwie ganz nett, aber ich habe den Eindruck, dass ich mit meinem Explosionsring bessere Erfolge feiere. Dass das einfach immer mal wieder Schaden austeilt und ich deswegen eher mal so ein, du kommst aus dem Gefängnis Freigefühl bekommen, als wenn ich hier irgendwie mal kurz unverwundbar bin. Habe ich irgendwie den Eindruck. Twinkleys. Ähm, deswegen glaube ich, wechsle ich das Ding mal wieder. Ne, das war der nicht. Der da war das. Ähm. Periodically amid damaging force wave. Das war das. Erschrickt mich zwar gelegentlich selbst, aber... Wobei die Frage ist, wie stark geht die Stärke nach oben? Das können wir auch mal checken. King, Knights, Knights King. Oh, fünf Punkte. Ja, komm. Fünf Punkte sind fünf Punkte, ne? Und natürlich hat der Morder hier was hingelegt. Natürlich. Seelencontainer. Ja, ich will jetzt mal in den Feuerband schreien. Aber dafür brauche ich ein Leuchtfeuer. Ist gerade ein sehr unangenehmes Gefühl. Dream Chasers Ashes. Das kennt man ja. Und ein Leuchtfeuer. Danke sehr. Und hier der Covenant. Legion Etiquette. Wunderbar. Dann geht's jetzt mal zurück. Mal kurz mit den NPCs reden. Gucken, ob ich irgendwelche Bücher zu verteilen habe. Und wo ist eigentlich mein Großritter? Den nehme ich mit zu dem Streunerdämon. Den nehme ich da mit. Der soll da mal ein bisschen draufdreschen und zeigen, was er kann. Und die anderen Beschwörungen würde ich auch mal ausprobieren. Vor allen Dingen die Schnecke. Wenn die Schnecke mir die ganze Zeit hinterher kriegt. So, ööö, mach doch langsam. Sehr, sehr lustig. Okay, gut. Einen kurzen Blick auf André und das, was er mir vielleicht upgraden kann. Das habe ich schon lange nicht mehr überprüft. Nicht reinforce, sondern... Doch. Ich habe sonst aktuell nichts irgendwie, was ich hochtreibe, oder? Hier, Large Titanite Shirt. Cursed Zweihänder. Plus 5. Plus 6. Yes, 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 Leute. Ja, ich liebe es, ich liebe es. Zwei Levels gemacht mit dem Ding. Das finde ich super. Perfekt. Du bist wieder da? Habe ich ihn wegschicken können? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, ja. Ne, noch nicht. So, dann gucken wir mal bei unserem Pyromanten vorbei, ob der irgendwas... Learn Pyromancy's Purchase Item. Pyromancy, Pyromancy, Pyromancy. Give Pyromancy Tome. Ja. Ich kann meine Taschen ein bisschen leeren, damit ich hier nicht so viel rumschleppen muss. Macht zwar keinen Unterschied, aber egal. Offerings. Was war denn das nochmal? Take the appearance of... Take up a... Achso, das sind die... Ähm, Erscheinungen. Nein, 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 bin ich nicht, keine Sorge. Irina. Da hinten. Armes Mädel. Äh, Gift Divine Tome. Äh, Gift Divine Tome. Oh, du hast jetzt eine Tome. Hm, nichts Neues. Oh, die verkauft Live Gems. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kaufe ich sie mal einfach leer. Allow Attunement of Additional Spells. Mh, mh. 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 Danke dir. Ähm, wie sieht's eigentlich mit Yole aus? Habe ich da nochmal einen kostenlosen Level up? Mit dir spreche ich nochmal nach, den Abyss Watchers. Jawoll. Ähm, ja, mehr Stärke. Bei 30 mache ich dann erstmal eine Pause. Das ist, glaube ich, dann eh das Soft Cap. Purchase Item, was hast du eigentlich? Ach, du hast diese ganzen Zauber. Und, äh, Hexereien. Okay. Be safe. Danke dir. Okay. Guter Zwischenstopp. Dann packe ich mal die... Hä? Habe ich gerade nicht welche gekauft? Waren das nur fünf? Oder kann ich nicht mehr gleichzeitig mit mir rumschleppen? Das wäre gemein. Travel Old Wolf of Tharan. Gut. Streuner Dämon. Zusammen mit unserem Kathedralen Großritter. Wiesenritter. 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 Keine Ahnung, wie die heißen. Schön über die Wolken. Da, wo die Sonne noch strahlt. Und einen tollen Ausblick gewährt auf Burg Lothric, auf die Kathedrale des Abgrunds, auf die Pharaon-Feste unter uns. Das ist schon cool. Okay. Also. Dann holen wir den nochmal, den Burschen. E-Le-Kris. E-Re-Kris. E-Re-Kris. Kostet nur ein bisschen Mana. Man füllt sich ja eh wieder auf. Komm mit. Der ist echt heftig. Der macht mir immer mal wieder ganz schöne Sorgen. Vor allem seine Grave-Attack ist tödlich. Wow, wow, wow. Oh. Ja. Wo ist denn schon wieder mein Kollege? Was macht denn der wieder? Der schilft immer seine Base. Echt? Oh. Wo ist der? Der kommt doch mal her, ey. Alter. Tu was für dein Geld. Also. Yes. Zerbröselt. So geht das. He's doing work. Soul of a Strain Event und Fire Seat. Sehr schön. Also. Denk ich. Taubt da was. Titanite Scale. Ash Demon Hammer. Sehr schön. Wir kriegen seine Waffe. Quake. Natürlich. Burrow Hammerhead into the ground with a great slam and use strong attack to upheave earth, creating a shockwave that rumbles like a mighty war cry. Es erinnert so ein bisschen an den DLC. Ashes of Ariandel. Speckled Stone Plate Ring. Slightly Ups Magic, Lightning, Fire and Dark Damage Absorption. Achso, das ist der Joker Absorption Ring. Was macht der hier oben? Gut. Crystal Lizard Jagd. Ich brauch mehr Titanite. Vor allem Twinkly. Für irgendwas brauch ich Twinkly. Für den Schild, glaub ich. Oder für was war es? Vorsicht. Vorsicht. Okay. Was gibt es hier für neue Überraschungen? Vielleicht, dass der Drache aufsteht. Ihr seid ein bisschen anders positioniert, als ich das gewohnt bin. Twinkly. Und nochmal Twinkly. Oh. Und das ist ein Weg hinaus aus diesem Level. Ups. Ah, das ist quasi auf der anderen Seite. Cool. Ah, das ist ja nett. Brückenschlag buchstäblich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hoffe, mein Twinkly liegt da jetzt noch. Das habe ich drüben, als wir da waren, damals nicht gesehen. Äh, oder es war vielleicht nicht möglich. Vielleicht ist es so one way. Dragon Crest Shield. Und keine Hollows hier. Ah, doch. So, drei Twinklys. Das ist super. Sehr schön. Ah, wir haben einen Intruder. Wir haben einen Intruder. Es gibt mal wieder einen Intruder. Wo ist er? Oh Gott. Ich will ihn aber nicht bekämpfen, während hier die ganzen Hollows rumrennen. Eiframes, Eiframes, ne? Wo ist er? Und wo ist schon wieder mein... Der ist sehr unzuverlässig. So groß und breit und kräftig, wie er ist. Unverlässig, unzuverlässig ist er auf jeden Fall. Wo hat er sich denn jetzt schon wieder rumgetrieben? Ist wahrscheinlich abgestürzt. Mei, oh mei. Wollen wir da alles selber machen. Oh, oh. Lachlan. Du hast einen fetten Hammer. Aber nicht viel Poise durch deine Ausrüstung. Das war ein bisschen zu sehr ausgeholt. Das habe ich ja schon meilenweit kommen sehen, junger Mann. Au. Na gut. Treffen lassen sollte man sich nicht. Ach, dieser Dreierschwung. Das ist halt... Das ist das Havel-Move-Set, ne? Mit seinem Zahn. Wenn er dreimal um die eigene Achse dreht. So. Was gibst du mir Schönes? Hoffentlich deine Fackel. Gargoyle-Shield. Das war's schon. Das Gargoyle-Shield. Ähm, da. Shield Bash. Without lowering your guard, strike the enemy with a shield to knock them back or stagger them. Wieso hat der das nicht gemacht? Das hätte ihm bestimmt was geholfen. Sehr, sehr cool. Ohne die Deckung... Aufgeben zu müssen, kann man, kann man Gegner das Schild ins Gesicht drücken und sie so staggern. Sehr, sehr nice. Ja, mein... Mein Bodyguard hat schon Feierabend gemacht. Mir scheint. Sehen wir nicht cool aus. Ein bisschen zerlottert, aber... Zweifelsohne sehr, sehr cool. Okay, jetzt wieder hinunter in die Dunkelheit. Trotz allem, auch wenn es hier unten echt ordentliche Probleme gab, kommen wir eigentlich ganz gut voran. Aber das sage ich jetzt, weil jetzt bekommen wir es ab sofort mit diesen blöden Bäumen zu tun. Kein Spaß machen. Jetzt will ich erstmal ganz kurz hier noch vor dem Tor gucken und vor allen Dingen nach links gehen. Hola, was ist das? Hallo Fingerheisel, wir können Heisel... Der invadet uns nicht, wir können ihn summon. Wie cool ist das bitte? Das ist das erste Summensein, das ich sehe in dieser Mod. Können wir brauchen. Allein schon, um die Bäume abzulenken. Und Heisel ist echt nicht schlecht. Eine totale Nervbratze, wenn man gegen ihn kämpfen muss. Aber wenn er uns hilft. Ja, hey, hey, cool. Proper Boat. Geil. Yes. Oh, wow, wow. Ey, mach das alles mal alleine. Yes. Heisel, kommen Sie mit. Ich hoffe, Sie kämpfen jetzt länger als nur fünf Minuten an meiner Seite. Okay. Leute, ihr erlaubt mir das doch, oder? Also das darf mir jetzt auch mal genehmigt sein. Ich habe in dieser Mod, in diesen bisherigen Episoden, die wir hatten, hatte ich schon einige Durststrecken, die wirklich sehr anspruchsvoll waren. Und ich habe mich wirklich mit eigener Leistung durchgekämpft. Ja, jetzt habe ich das auch mal verdient, dass mir hier mal ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und vor allen Dingen, es ist jetzt auch mal was anderes, oder? Schießt eigentlich der Riese? Ja, schießt er. Er trifft nur nicht. Komm, jetzt aber. Ja, Stagger. So geht das. Ja, etwa ein Branch. Lingering Dragon, Grasswing, Ground of Dust. Das kennen wir ja. Ich habe ein Branch. Der schießt immer noch auf irgendwas. Ich habe ein White Branch. Also, du machst einen geilen Job. Ich liebe dich. Ich brauche mal eine verbesserte Estusflasche. Meine Flakons, die füllen meine Leben gerade mal zur Hälfte auf, sehe ich. Das ist echt nicht gut. Opus of the Crab. Kann ich so eine Riesenkrabbe beschwören, wenn das so wäre? Wie geil. Oh, wir müssen häufiger mal Beschwörungen machen. Oh, Antitoxin. Fünf Stück. Lässig. Jetzt kommen wir zu den drei Bäumen. Das wird jetzt ein Piece of Cake, oder? Mit Heisel an meiner Seite. I hope. Heilen, 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 heilen. Ich bin vergiftet. Schade, dass Heisel keinen Heilzauber dabei hat. Aber der ist hier ein Angriffsmagier vor dem Herrn. Der Typ ballert ja alles. Stone Parma und der Stone Greatsword. Okay. Ja. Dark Souls 1, Dark Souls 1, Dark Souls 1. Ähm... Da habe ich noch einen von diesen Hunden gesehen. Nicht, dass der uns gleich im Kampf gegen die Riesenbäume irgendwie Ärger macht. Im Original war es ja so, wenn man alle drei bezwungen hat, hat man noch ein extra Item bekommen. Das war ein Bogen oder sowas. Oder war es ein Hut? Irgendwas war das. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, jetzt auch hier mal für Ruhe zu sorgen. Könntest du mal bitte einen anlocken? Nein, nicht reinrennen. Heisel! Oh, fuck. Danke. Du hast mir den Po gerettet. Blackbow of Faris. Uh, uh, uh. Was? Wo schießt du hin? Komm, Nummer 2. Oder hast du den anderen schon umgehauen? Nee, hast du nicht. Oh. Was kannst du eigentlich? Nein, das ist fies. Nee, nee. Du machst wirklich einen guten Job. Gegen wen gehen die? Ah, gegen mich. Aber gegen mich. Ich habe denen noch nichts getan. Gar nichts. Noch nicht. So. Faris hat. Okay, der war das, glaube ich, ne? Undead Bone Shard. Ich habe gerade noch davon gesprochen, dass ich bessere Estus Flakons brauche. Ist das der Turm, den ich schon habe? Ja. Ja, ja, das ist mit der Brücke hier. Dann drehen wir am besten mal um. Komm, da hoch brauchen wir nicht. Und darüber auch nicht. Komm, Heisel. Alles klar. Was lassen die Dinger eigentlich fallen? Was habe ich jetzt da hinten liegen lassen? Was der hier fallen lässt? Wahrscheinlich auch Titanite Shards. Rotten Pine Resin. Hier. Ich glaube nicht, dass ich das hier brauche. Die sind wahrscheinlich alle extrem giftresistent hier. Okay. Schnell auf Holz klopfen. Bisher noch kein einziger Tod erleiden müssen. Ich hoffe, das geht auf diesem Niveau weiter. Weil jetzt geht es Richtung... Bist du noch da? Heisel! Weil jetzt geht es Richtung Fluch-Basilisken. Die sind jetzt lang nicht so schlimm wie im ersten Teil. Ganz klar, die wurden durchaus ganz schön gecheased. Genervt, meine ich. Aber trotzdem in der Menge. Der Typ, der macht die Platz. Das ist der Wahnsinn. Ember! Da liegt kein Item mehr. Schade. Da hinten liegt aber noch eins. Hidden Blessing. Jetzt mal schnell die auf festen Boden. Und gegen die Basilisken. So. Ich hoffe, der lässt sich nicht verfluchen. Ja. Ja, nächstes Einschlag und sind platt. So liebe ich das. Ja, die zwei Levels, die ich meinem Zweihänder geben konnte. Die funktionieren auch ganz gut. Hehehehe. Ach, Heisel. Du unterbrichst sie halt auch alle sehr zuverlässig. Wunderbar. Was haben wir denn hier? A Golden Falcon Shield? Was ist denn hier? So. Und hier haben wir Golden Scroll. Das kennen wir ja. Und die Truhe. Ich hau mal drauf. Ich bin zu riskant. Da ich die Kette nicht gesehen hab. Okay, das ist alles beim Alten. Nichts Überraschendes hier. Ein Estus Lacan noch übrig. Ganz toll. Aber wir haben's fast. Wir müssen nur noch auf einen Turm hoch. Geweck mit deinem Fluchfurz. Mei, mei. Überall neue Items. Rotten Groot Dagger. Okay. Jetzt haben wir den Speer und jetzt noch den Dolch. Und jetzt kommen wieder Grappy Boys. Wolfsblood Swordgrass. Das ist schon wieder das Covenant Item, ne? Okay, erst nach oben. Prio 1. Den Turm deaktivieren und das Tor zu öffnen. Hier, ich hab so viel Gift gerade. Das lass ich jetzt noch alles weg. Ich kann mich nicht mehr so oft heilen. Deswegen. Heisel. Danke. Das ist Grappy Boy. Piu, 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 piu. Okay. Endlich. Ob du richtig stehst oder nicht, sagt er, wenn das Licht ausgeht. In diesem Fall. Einen kurzen Blick von hier oben auf die Entfernung. Ob ich hier irgendwelche Items erspähen kann. Nein, deswegen geh ich jetzt wieder auf der anderen Seite runter. Da noch ums Eck. Und noch ein Stück in die Richtung, wo wir angefangen haben. Weil da sehe ich nämlich noch ein, zwei... Ach nee, das sind die, die auf dem Hügel oben liegen. Die können wir erst holen bei dem wahrscheinlich auch nicht vorhandenen Leuchtfeuer. Aber wir dürfen wahrscheinlich jedes Mal vom Wolfs Covenant hier runterkommen. Sollten wir bei den Abyss Watchers läglich scheitern. Was ich jetzt mal nicht hoffe. Aber wir wissen ja nicht, was sich der Modder ausgedacht hat, um den Kampf zu verändern. Wir hatten das bisweilen ja schon. Also ich erinnere wirklich an Judex Gundir, der so viel cooler war. Durch seine Dunkelzauber. Kreisel ist immer noch mit am Start. So, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Da vorne ist der Anfang. Wir können auch vom Anfang an immer hier uns durch die Basilisken schlagen. Das ist aber auch, das ist auch ein weiter Weg. Ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass er so gnädig ist. Und uns dieses Leuchtfeuer gelassen hat bei der Abkürzung in Richtung Kreuzigungswald. Nun war jetzt noch ein Baum übrig mit einem Item, oder? Da irgendwo, da vorne? Ja, genau. Okay, Kreisel, ein letztes Mal. Tu deinen Job. Dann haben wir die lebenden Bäume hier alle gefällt. Oh Gott, Schnecken. Da ist noch ein Item. Und noch ein Baum. Oh, wie die sich überall verstecken, diese Mistbiester. Oh Gott. Das war jetzt nicht fair. Das war echt nicht fair. Habt ihr das gesehen? Hoho. In seinem letzten Atemzug ballert er noch diese Totenköpfe raus und haut uns um. Nicht, nicht. Cool. Äh, halt Leiter runter. Once more. Die zwei Items, die nehmen wir noch. Und die 34.000 Seelen möchte ich eigentlich auch ganz gerne haben. Uiuiui. Da sind sie. Ganz toll. Ganz toll. Wo war Heisels Hufzeichen? Das war doch hier am Turm, oder? Irgendwo. Da. Das Risiko gebe ich mir nicht, das jetzt allein machen zu wollen. 34.000 sind 34.000. Das ist nicht wenig. Heisel, komm her. Heisel, hierher. Mach den mal platt. Prioritäten. Hei, 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 hei. Oh Mann, der Typ ist so gut. Okay. Large Titanite Shard und da hinten jetzt das letzte Item. Komm halt, jetzt hier, da hinten noch. Mr. Patrouille, den kannst du doch umhauen. Oder vielleicht sieht er uns gar nicht. Poison Jam, er sieht uns. Ich will auch malen. Oh. Man sieht überall noch, doch noch Items rumliegen. Ich sag ja, die haben so viele neu platziert. Wobei das glaube ich Nameless Knight. Das gucken wir uns gleich mal an. Wenn ich hier auf festem Boden bin, da wo das Tor ist am besten. Und dann kann ich mich jetzt hier endlich final entgiften, weil das Gift ist jetzt Geschichte. Ein Estus Flask und das Nameless Knight Set anschauen. Wo haben wir es da? Increases Max Stamina. Auch cool. So, komm, den hau ich noch um. Genau. Ich helfe dir, Heisel. Wunderbar. Jetzt bräuchten wir nicht mal ein Leuchtfeuer. Wir haben fast alle Estus Flakons. Und sind jetzt kurz vor den Abyss Watchers. Ahem. Oh, ne, ne? Okay. What? Nur weil dieser blöde, blöde Beschwörer da runtergefallen ist. Wir haben echt Menschlichkeiten gesammelt, die kann ich jetzt auch mal ausgeben. Die sind hier ganz, ganz nützlich, wie ich finde. Wisst ihr, was ich nachher mache, wenn ich dran denke? Vielleicht nehme ich eine von diesen Krammen mit in den Kampf, den ihr bis vor uns hast. Das wäre doch mal lustig. Das wäre doch mal lustig. Hey, die können einfach zu viel. Zu viel. Meiner Meinung nach. Aber wer fragt mich schon? Gut, nochmal. Sind meine Seelen hier oben oder da unten? Natürlich liegen sie unten, ganz klar. Wo denn sonst? Aber diesmal gehen wir das ein bisschen besser an. Storyteller Staff. Okay, das ist der Stab von dem. Rotten Pine Resin. Und jetzt seid ihr ja Piece of Cake, weil jetzt schlaft ihr alle oder betet zu eurem Herrn, der nicht mehr existiert. Ach. Noch ein Level für unser Schwert, bitte. So. Sind ja jetzt mittlerweile schon 45.000, 46.000 Seelen, die ich nicht verlieren möchte. So, zwei Dark Wraiths. Ach, da vorne. Jetzt passiert mir jedes Mal, dass ich mich hier verlaufe ein bisschen. Life Jam. Und hier das Item, stimmt, das hatte ich noch vergessen. Large Titanite Shards. Gut. So, dann gucken wir mal. Leuchtfeuer, ja oder nein? Dark Wraiths, ja oder nein? Ja, scheinbar. Dreschen die sich hier gerade mit den Grues. Was mir Zeit gibt. Oh. Überall liegen hier versteckte Items. Stone Great Shield. Jetzt haben wir dann langsam das komplette Set zusammen, hä? Ja, haben wir. Schwert, Schild und die Rüstung. Und da vorne sehe ich ein Leuchtfeuer. Oh, danke. Ich hätte, ich hätte alles dafür, oder alles gewettet, dass das, dass das nicht so ist. Sehr cool. Guard Break. Large Titanite Shards. Die Echse kommt jetzt schon. Die schläft nicht, die ist schon wach. Nice. Ja, was ist denn das jetzt? Rollt sie selber ins Haus. Über die Mauer und stirbt. Covenant Item. Da hat sie gedacht, sie wäre besonders klug, ne? So, diese durchaus nützlich, unnützliche, unnützliche, unnütz, äh, nutzlose, sage mal, ist los mit mir, nutzlose Abkürzung hier Richtung Crucifixion Woods. Why ever. Äh, Heisel hat sich, glaube ich, verabschiedet. Im Kampf irgendwie gegen die Darkraiths, möglicherweise. Äh, ne, er ist noch da. Ich kann nämlich nicht am Leuchtfeuer rasten. Das heißt, er muss noch irgendwo sein Unwesen treiben. Hopefully. Darkshot, das liegt hier rum. Normalerweise muss man diese beiden Darkraiths halt eben farmen für dieses Dunkelschwert. Eine meiner Lieblingswaffen im ganzen Spiel. Das Dunkelschwert ist wirklich ab und tief cool. Das werde ich, glaube ich, auch, äh, sekundär hochleveln. Weil ich das so gerne mag. Ich muss nur dran denken. Äh, ich glaube, die Grues haben gewonnen gegen die Darkraiths. Kann das sein? Nee, oh mein Gott. Vier Stück. Habt ihr sie noch alle? Gegen zwei Darkraiths kämpfe ich ja gerne. Nicht so gerne, lieber einzeln. Gegen vier. No, no. Ich bin weg. Es ist schade. Okay, okay. Also, das ist jetzt mir zu wichtig. Ich habe eine Estus-Scherbe. Ich habe einen Knochensplitter zu verbrennen. Das bedeutet auf jeden Fall eine Rückreise in den Feuerbanschrein. Bevor wir uns hier mit den Wächtern des Abgrunds anlegen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, das zu tun. Hier werden wir noch einen Blick auf die Straße, was hier noch so Crackbride hat. Okay. Sind das noch mehr Darkraiths gewesen? Weil die lassen die Dinger nämlich auch manchmal fallen. Man kann sich ja jetzt hier echt hinstellen und zugucken, während man Seelen farmt. Ganz automatisch, ne? Warte mal, was ist denn hier? Schade. Hätte ja sein können. Oh ja. Und ein Level oder zwei gehen bestimmt auch. Danke für dieses Leuchtfeuer. Ich bin sehr froh drum, dass er das eine gestrichen hat. Okay. An der Stelle würde ich auch sagen, passt. Oh, komm. Den muss ich jetzt heimschicken. Sonst komme ich gar nicht weg hier. Und ich habe keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Travel in den Firelink-Schrein. Aber alle Kräfte sammeln. Bevor es zum Boss geht. Einer meiner Lieblingskämpfe im Spiel. Echt ein super Kampf. So, dann machen wir erstmal Estus-Last plus drei. Ich habe vielleicht nicht noch einen. Das wäre doch schön, oder? Nein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ist... Er ist wieder da. Was ich brauche. Ganz einfach. Estus-Flakons. Habe ich vielleicht noch einen? Nein. Hätte sein können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, du kennst mich gut. Jeder ist tot. Und ich auch? Danke. Griechen, Tila. Habe ich doch vorhin gemacht, oder? Bin ich jetzt ganz verrückt. So, Level Up. Wir wollten noch die Stärke auf 30 bringen. Dann bin ich damit erstmal zufrieden. Dann ziehe ich die Vitalität nach. Und... 2500 Seelen kriege ich garantiert noch irgendwie durch Seelen-Container zusammen. Und dann ist das schon ein ordentlicher Boost. Give Umbrot Ash. Stimmt. Sell. Äh, ja. 2.000... Oh, kriege ich da nochmal? Ne, das kriege ich da nicht nochmal zusammen. Ähm... 3000. Noch ein Level Up, meinte ich. Ähm... Vitality... Equip Load. Brauche ich das? Gerade nicht, ne? Eigentlich nicht. Dexterity. Da geht mein Schaden auch nochmal um vier Punkte hoch. Wow. Dann ziehe ich doch Dexterity ein bisschen nach. Habe ich gar nicht in Erinnerung, dass... Warte mal. Mein Zweihänder, wie skaliert denn der? C und D. Naja, aber dadurch, dass ich nur 18 habe, dann ist sogar D noch sehr wirkungsvoll jetzt im jetzigen Zustand. Finde ich gut. Finde ich gut. Also mehr Schaden, mehr Vitalität. Beste Voraussetzungen, um jetzt unter den Abyss-Watchers ein bisschen aufzuräumen. Und ich nehme auf jeden Fall die Krabbe mit. Ah, ich will die Krabbe im Kampf dabei haben. Wie soll man hier ordentlich drauf dreschen? Wenn es eine große ist. Ich hoffe, dass es eine große ist. Nicht, dass es so eine kleine ist, die... äh... gar nichts macht. Aber ich kann es mir nicht denken. Schnell durchrennen. Die müssen wir nicht alle nochmal bekämpfen. Die haben wir alle schon umgehauen. Das klingt schon sehr furchteinflößend, das Gekämpfe da drin. I-Frames, Guys. Diese Zwischensequenz lasse ich gerne laufen, weil die... ziemlich cool ist. Die sehen auch so ein kleines bisschen aus mit ihren Klamotten und dem Hut und so. Oder dem Helmhut, Huthelm. Äh, so ein bisschen aus Bloodborne, ne? Mit dem Cape und allem. Das hat schon einen ziemlichen Bloodborne-Flair hier. Die Maske und allem. Ein coolen ist kaum zu überbieten. Wow, wow, wow. Ich kann... Ach, ich habe keine Zeit, um... hier... Ui, 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 ui. Wie will ich denn... Die Krabbe beschwören denn? Ey, Krabbo. Jus. Ja. Das reicht nicht. Doch. Ach, das ist nur so eine kleine. Ja, gut, zum Ablenken, ne? Die lenkt ganz schön gut, wie... Aggro auf sich. Das ist halt super, weil die, äh... Abyss-Rochers lassen sich halt ganz klasse backstampen. aja, also... Ja, die Krabbe ist Gut Hält mir alle an und vom Leib Super Ach ja, die Musik Die Musik in diesem Kampf Schlicht episch Ja Auch diese Sequenz Lass ich laufen Ich hoffe ihr Heißt das gut Ja, die Musik in diesem Kampf Well now he's pissed Krabbe, Krabbe ist noch da Guck mal Wie sie auf ihn zuläuft So völlig angstbefreit Oh, die ist tanky Die hält was aus Wahrscheinlich mehr als ich Ey, das ist bisher der beste Companion Im Ernst Au, 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 au Klapp Haben sie die Backsteps abgeschalten hier für den Kampf In der Mod Ich hab langsam die Befürchtung Ich hab langsam die Befürchtung Krabbe 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 Oh, jetzt so kurz vorm Ende Ballert er mich noch um Aufheilen, heilen, 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 heilen Was geht Mal gucken, ob ich jetzt hier aus der Entfernung Ein bisschen Schaden machen kann Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jetzt wird es aber echt kritisch Lass mich mal kurz ein bisschen Zeit zu atmen Ja Ah Oh Ein Schlag war es noch, ein kleiner Ich hätte nur noch anpusten müssen Nur noch anpusten Dann wäre es das gewesen Äh, Mitora, wer war der Mitora Ey, Grabo war super Jetzt gucken wir da mal, ob wir es mit Mit dem Großritter hinbekommen Das Schöne an dem Kampf ist Man kann ihn nicht oft genug machen So viel Spaß macht er Es ist einfach so Das ist so ein toller Kampf Äh, was hieß es? Ich hab kein Ich hätte Menschlichkeit haben sollen Okay Oh je, wie kann man denn das denn? Mal sehen Oh, jetzt hab ich es verbraucht Gut, das war nix Das war wirklich nix Äh, dann machen wir das halt hier Oh 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 No pale shade So, why not Das sieht man an einem Kleriker aus Dankeschön So, kriegt man auch die ganzen Gesten hier Kommt jetzt schnell durch Und ich hoffe, dass er auch mitkommt Jetzt Don't poke me Ja, der drischt halt drauf hier, ne? Mit seinem Ultra-Groß-Schwert Und das macht halt böse Au, 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 au Jetzt sind wir Bisschen zu übermütig Oh, Redeye ist hier Oh je Gut That escalated quickly Da kommen wir jetzt so wahrscheinlich auch deutlich einfacher durch die zweite Phase Wobei, ich hab mich echt gut gehalten, ne? Ich will jetzt mal gar nix hören Halten Sie meine Seelen Das sind gar nicht viele, ne? Egal Ich kann die nicht einfach so grün rumleuchten lassen Tausend Get rekt Ja, der Gang Squad, ne? Da wirst du kaputt gestaggert Ja, das ist ein bisschen unfair Zugegeben Aber Nach dem letzten Kampf Durchaus ganz angebracht Sin is of the Lord Soul of the Blood of the Wolves Jawohl Jungs, dankeschön Vielen Dank Äh, great job Und kein Leuchtfeuer Interessant Aber es geht auf jeden Fall in die Kartuskatakomben runter Das machen wir dann in der nächsten Episode Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser etwas längeren Episode Und wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen freuen Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein neues Video mehr Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Video Viel Spaß beim Spielen Bye, bye Und macht's gut Und macht's gut